Am 2. September 2006 ist eine Joggerin gegen 8.15 Uhr in einem ruhigen Waldgebiet unterwegs. Für ihre Laufrunde hat sie sich den Altschwiller Wald ausgesucht. Er liegt in der Schweiz im Kanton Basel, unweit von der gleichnamigen Stadt entfernt. Es gibt dort zahlreiche Wanderwege und Erholungsmöglichkeiten. Als die Joggerin an diesem Morgen unterwegs ist, macht sie eine schreckliche Entdeckung. Mitten im Erholungsgebiet liegt der Leichnam einer Frau. Von einem Täter ist weit und breit keine Spur. Bis zum heutigen Tag. Die tote Frau aus dem Altschwiller Wald kann schnell identifiziert werden. Ihr Name ist Anna Paula Ruder. Sie ist erst 31 Jahre alt und ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Anna wurde in Brasilien geboren und hat dort ihre Kindheit und Jugend verbracht. Im Alter von 21 Jahren heiratete sie einen Schweizer, mit dem sie dann nach Basel zog. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Nachdem 2002 das zweite Kind auf die Welt kommt, trennt sich das Ehepaar aber. Nach der Trennung gerät Anna in eine Abwärtsspirale. Bei ihr wird eine Schizophrenie diagnostiziert, wegen der sie sich mehrmals in Kliniken behandeln lassen muss. Dazu wird Anna drogenabhängig. Um ihre Sucht zu finanzieren, arbeitet sie in Basel auf dem Straßenstrich. Anna hat eine Betreuerin, die ihr dabei helfen soll, ihren Alltag einigermaßen zu regeln. Aber die Sucht macht es der jungen Frau sehr schwer. Aufgrund ihrer Erkrankung führt Anna oft sehr lautstarke Selbstgespräche, sodass sie auf den Straßen von Basel vielen Passanten auffällt. Zu ihren beiden Kindern verliert Anna mit den Jahren den Kontakt. Hier bleiben nur ein paar Erinnerungsstücke an die Zeit mit ihnen. Am frühen Morgen des 2. September 2006 besucht Anna einen Freund. Dessen Wohnung liegt in der Haltlinger Straße 4, unweit vom Straßenstrich. Anna und andere Sexarbeiterinnen machen dort oft ihre Pausen. Irgendwann im Laufe des Morgens verlässt sie die Wohnung. Die Polizei vermutet, dass sie gegen 6 Uhr am 2. September wieder auf dem Straßenstrich am Klara-Matte-Park ist und ihre Dienste anbietet. Um diese Uhrzeit herum ist in den Fabriken in der Umgebung gerade Schichtenwechsel. Einige Kunden des Straßenstrichs kommen direkt von der Arbeit. Wie viele Kunden Anna an diesem Morgen hat, konnte nicht ermittelt werden. Aber es wird vermutet, dass einer der Kunden der Mann ist, der sie später töten wird. Und die Polizei glaubt, dass der Täter das Verbrechen geplant und vorbereitet hat. Dass er ausgerechnet Anna getötet hat, scheint hingegen ein Zufall zu sein. Womöglich hätte es auch jede andere Sexarbeiterin treffen können. Eine genaue Todesursache wird nicht bekannt gegeben. In einem Aktenzeichen XY-Beitrag zu dem Fall beziehen Ermittler sich aber mehrmals auf Strangulation oder erwürgen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Anna also durch Gewalt gegen ihren Hals gestorben sein. Der Täter legt den Leichnam von Anna an der sogenannten Senke in dem Waldgebiet ab. Etwa eine Viertelstunde mit dem Auto vom Straßenstrich entfernt. Ihr Leichnam ist unbekleidet. Ihre Kleidung und persönliche Gegenstände fehlen bis heute. Weder Annas Sachen noch der Täter wurden je gefunden. Der Fall Anna Paula Arruda ist mittlerweile zu einem Cold Case geworden. Allerdings gibt es einen Hoffnungsschimmer. Denn die Polizei konnte damals eine DNA-Spur sicherstellen, die zum Täter gehören könnte. Das bedeutet, dass der Täter möglicherweise anhand dieser Spur überführt werden könnte. Sollte er auf das Radar der Ermittler geraten. Das ist bislang allerdings noch nicht passiert. Auch nach all den Jahren wird im Fall Anna Paula Arruda noch ermittelt. Die Ermittler haben eine aufwendige sogenannte operative Fallanalyse durchgeführt. Auf Basis der OFA wurde dann ein Täterprofil ausgearbeitet, mit dem die Polizei nach dem Täter im Fall Anna Paula Arruda sucht. Man geht davon aus, dass der Täter männlich ist und zum Tatzeitpunkt zwischen 25 und 35 Jahre alt war. Heute wäre er demnach zwischen 40 und 50. Die Polizei ist sich sicher, dass der Täter sich in Basel und besonders im Aschwiller Wald gut ausgekannt haben muss. Ebenso wie in dem Milieu des Basler Straßenstreichs. Man geht davon aus, dass der Täter vor September 2006 mehrfach im Milieu der Straßenprostitution unterwegs gewesen ist und dementsprechend unter Sexarbeiterinnen bekannt war. Es ist gut möglich, dass der Täter nach der Tat Anfang September 2006 solche Milieus dann für eine Zeit gemieden hat. Es wird auch hervorgehoben, dass der Täter nach einiger Zeit womöglich nicht nur wieder Dienste von SexworkerInnen in Anspruch genommen hat, sondern sich eventuell auch direkt zu der Tötung an Anna Paula Arruda oder sogar einem möglichen Täter erkundigt hat. Man geht davon aus, dass das Auto des Täters eine wichtige Rolle gespielt hat. Bei der Tat selbst oder beim Abtransport von Anna Paula Arrudas Leichner. Es kann sein, dass der Täter kurz nach der Tat, also im Herbst 2006, sein Auto verkauft hat, um so ein mögliches Beweismittel verschwinden zu lassen. Die OFA schätzt den Täter als mindestens durchschnittlich intelligent ein, eventuell mit wenig Empathiefähigkeit und psychotischen Zügen. Dabei kann es sein, dass der Täter nach außen hin ein ganz normales, ruhiges Leben hatte, vielleicht sogar eine feste Beziehung. Typisch für den Täter seien aber sein manipulatives Verhalten gegenüber anderen sowie der Konsum von gewaltvoller Pornografie. Es muss nicht sein, dass der Täter selbst aus der Schweiz kommt. Der Ort des Verbrechens befindet sich im Dreiländer-Dreieck. Der gesuchte Mann könnte aus dem Elsass in Frankreich oder aus Süddeutschland kommen. Möglich ist, dass er 2006 für seine Arbeit pendelte. Die Polizei sucht bis heute nach Männern, die diesen Beschreibungen entsprechen und als Täter in Frage kommen könnten. Man hofft, dass sich vielleicht Personen bei der Polizei melden, die im fraglichen Zeitraum Kontakt zu einem solchen Mann hatten oder sogar selbst verletzt oder bedroht worden sind. Es ist nie einfach, über solche Erfahrungen zu sprechen, aber im Zweifel kann man dazu beitragen, andere Verbrechen aufzuklären. In diesem Fall eben das Tötungsdelikt an Anna Paula Arruda. Auch heute gibt es in dem Fall noch eine Belohnung. Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat die Polizei eine Belohnung in Höhe von bis zu 20.000 Euro ausgelobt. Auf der Online-Präsenz des BKA findet ihr alle Infos und Kontaktdaten der zuständigen Polizeidienststellen nochmal aufgelistet. Solltet ihr Bekannte haben, die 2006 im Raum Basel gewohnt haben, teilt dieses Video gern mit ihm. Wenn ihr den Algorithmus unterstützen möchtet, könnt ihr das Video auch einfach liken oder kommentieren. Das geht ganz schnell und sorgt dafür, dass das Video mehr potenziellen Zuschauern vorgeschlagen wird. Natürlich könnt ihr Insolito Crime News auch sehr gerne abonnieren. Hier gibt es regelmäßig Videos zu Cold Cases und Updates zu aktuellen Kriminalfällen, die wir meistens schon auf dem Hauptkanal behandelt haben. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich danke euch fürs Zusehen und wünsche euch noch einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr das Video seht und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao Leute.